Krastawa hat zwei Partnerstädte, den polnischen Lwówek-Schlonski und den bayerischen Eichstätt. Im Rahmen der Partnerschaft sind unterschiedliche gesellschaftliche, kulturelle und Sportaktionen organisiert, welche dazu tragen zu einer besseren Zusammenerkennung, zu besseren Kenntnissen zwischen den Bürgern beider Partnerstädte und auch anderen Freunden beider Nachbarländer. Einer von diesen Aktionen, welche dieses Jahr stattgenommen hat, ist der Fußballturnier, welches der bayerische Eichstätt organisiert hat. In Eichstätt hat uns begrüßt unser langfristiger Akteur der Partnerstädte, Herr Ingobert Schön. Grüß Gott hier in Eichstätt, willkommen. Ich bin ja nur die Vermittlerperson zwischen der Stadt Eichstätt und der Stadt Krastawa. Ja, das freut uns sehr. Organisiert wird dieses Fußballturnier zum 14. Mal und zwar vom SV Marienstein und der Vorsitzende ist der frühere Oberbürgermeister Arnulf Neumeyer. Die Boxersporthalle hatte allen Spielern ein Asyl garantiert, wo sie zwei Nächte gebracht haben. Nach der Unterkunft wurden alle Teilnehmer begrüßt in dem Sportareal Marienstein, wo die Sportareale nächsten Tag zur Verfügung waren für diese Städte. Am Samstag startete dieser Turnier mit offiziellen Eröffnung, wo wurden alle Mannschaften vorgestellt. Von diesen Partnerstädten aus Krastawa und weitere Mannschaften, das heißt auch Italiener, welche die Partnerschaft mit Eichstätt haben und auch mit Lwubek Welkopolski. Alle wurden begrüßt von dem Hauptorganisator dieser Aktion, dem ehemaligen Obi der Stadt Eichstätt, Arnulf Neumeyer und auch von diesem heutigen Obi Andreas Stepperger. Herzlich begrüßen und freue mich, dass wir ja viele internationale Gäste heute hier in unserer Stadt haben. Herzlichen Grüß natürlich auch nochmal an alle Gäste aus Tschechien, aus Polen und aus Italien. Gäste aus Tschechien Gäste aus Tschechien Gäste aus Tschechien Gäste aus Tschechien wurden alle Vorstellenden des Partnerstädten offiziell begrüßt auf dem Eichstätter Rathaus bei dem Obi. Zu Erinnerung auf dieses Städteturnier hatten die Eichstätter einen Bierkrug mit einem Symbol von Fossilien für diese Teilnehmer und diese Aktion vorbereitet. Eichstätter 2017 und die jeweilige Stadt unten drunter. Wir bieten ihn an, einige Schau von diesen Kämpfen von beiden Teamen. Gäste aus Tschechien 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 Untertitelung des ZDF, 2020